Hallo Leute und damit zurück zu Long Dark. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich habe gerade ein Flugzeugopfer auf der Schulter. Und da hinten sehen wir schon eigentlich sehr nett vom Spiel. Das Feuer brennen. Wobei ich bei dem Feuer immer weiß, bei dem Rauch, dass da hinten das Gemeindezentrum ist. Und das hilft mir natürlich, jetzt mal im Moment nicht auf die Karte zu gucken. Die Frage ist nämlich, kann ich das? Ich kann das sogar auch machen, wenn ich den Herrn auf dem Rücken habe. Ich bringe es zu Ende. Entschuldigen Sie. Sei doch mal nicht alle so negativ. Das Wetter ist schön. Die Sonne scheint. Kein Sturm. Alles ist prima. Kein Wolf, der mir auflauert. Wegen meinen... Ich weiß, ich rede es ja gar nicht darüber, aber ich bin auch wirklich stolz über meinen Pelzwandel. Den ich mir nie wirklich die Hände schmutzig gemacht habe. Muss ich auch ganz klar sagen. Aber ich habe ihn. Und auch wenn ich Pelzwäntel im realen Leben nicht unterstütze, bin ich klug genug zu verstehen, dass ich mich im Videospiel befinde und das nichts mit der Realität zu tun hat. Und ich hier die Annehmlichkeiten genieße. die mir das Spiel anbietet. Genau in dem Moment müsste jetzt der Bär um die Ecke kommen. Wäre eigentlich typisch, würde ich fast schon sagen. Ich gucke gar nicht groß nach rechts und nach links, Leute. Eigentlich das Glückste. so, mein Freund. Du hast es gleich geschafft. Du hast es gleich geschafft. Uh, ehrlich. Einmal nur der absolute Traum. bitte rein hier in die Kaschämme. Und bitte rein hier in die Kaschämme. Ist noch ein Bett frei? I'm right here. Get some rest now. You need it. So, mein Freund. Brauchst du jetzt noch was? Mittag gar nicht so sicher. Okay, Leute. Ihr wisst, was passiert. Kurzen Tee gemacht. Und dann gehen wir gleich die nächsten Kollegen holen. Wir haben eigentlich noch ein bisschen Zeit, bevor es wieder dunkel wird. Ja, geil. Ich mach dir einfach mal einen Kaffee. Dann noch mal ein bisschen Wasser. Zack. Dann wird das Feuer natürlich nicht reichen. So, nochmal was rein. So, super. Nicht gut machst du das. So, und jetzt müsste ich aber schon mal gucken, ob das jetzt hingehauen hat hier mit den Jungs und Mädels. Suche die Vorräte. Das könnte ich eigentlich auch machen. Gut, eins von drei. Okay, das hat auf jeden Fall geklappt, Leute. Sehr, sehr schön. Freue ich mich natürlich. Und langsam muss unser Herr Pfarrer mal hier mehr Betten aufstellen. So viele Leute, wie ich hier anbringe. So, warte mal, kannst du da hinten mal hier mal die Spitzenpfirsiche drauflegen? Genau. Ja, wir haben da wieder so ein kleines Füngerchen. Tatsächlich feuermäßig. passt noch. Hey, Leute. Was ist das eigentlich? Nix zum Leben. Kannst du mir ohnehin verkneifen, die ganze Zeit hier hinzulunsen. Okay. Ja, die Vorräte habe ich jetzt gerade gesehen. Die gehören ja zur Hauptquest und sind optional, wie es da steht. Vielleicht würde das aber Sinn machen, mir die auch zu holen. Vielleicht kriege ich da zufälligerweise auch noch mal den Rest zusammen für die Nahrungsgeschichten hier, für die Gemeinde. Das könnte natürlich sein. Okay, cool. So, Leute, gleich mit den letzten Minütchen vom Wasser so, nehmen und nehmen und tschüss. So, okay, Leute. Wetter ist wirklich richtig super. Okay. So, da hinten, da müsste das Flugzeug sein und ich muss auch in Nähe des Flugzeugs anscheinend oder ist das was anderes da hinten? Aber rein logisch müsste das eigentlich exakt das Feuer sein, ne? Was da so gugelt. das Ziel wäre jetzt die nächste Person noch an dem heutigen Tag auch noch zurückzuschaffen. das wäre der optimale Fall. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das jetzt immer so smooth wie abläuft, die Nummer. Denn, na gut, wenn ich jetzt drüber nachdenke, hätte ich mich nie dazu entschlossen in diese Höhle zu gehen, hätte ich ja grundsätzlich den Mantel nicht gefunden und dann wäre ich Gefahr gelaufen bei jeder Mission hier einen Wolfsrödel an der Backe zu haben. Also, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Du musst auf jeden Fall auch mal mit in die Badfläche. Ich erinnere mich, dass die Gemeinde auch irgendwas von mir wollte. So, ich gucke noch mal kurz. Ja? Ja? Ich gucke ich sehe noch nichts. Gleich bekomme ich auch wieder einen Hinweis, wenn ich in der Nähe bin, wegen der Signalpistolen. Ich bin aber schon im Radius. Merke ich jetzt gerade. Okay, ich feuere mal was ab. Das Geräusch ist einfach mal übel gruselig. Ja. Okay. Also, die Leiche liegt so genau wie auf der Karte. Ich habe das Gefühl, ich muss das nie unbedingt machen mit der Pistole. Tatsächlich bin das für Sträucher hier. Nociata. Ich dachte, ich habe mal was Neues gefunden. Bürgenrinde kommt mit. Da hinten, ne? Da hinten sehe ich das Feuer flackern. Nachts kommt das bestimmt auch richtig cool mit dem Leucht, mit der Leuchtpistole. Es ist eine Frau, ich höre es jetzt schon. denn... Hier. Ah ja. Okay. Ähm. Wo hast du die hingeschossen? Liebe Dame. Ja. Ja. Okay, wo ist er? Findest du doch irgendwie näher? Doch da, auf diesen... dort. Jetzt sehe ich es plötzlich. Hä, bin ich da gerade vorbeigelaufen dran? Nicht zuzutrauen wäre es mir auf jeden Fall. Hallo. Ich habe ein Fleisch. Danke dir. Schön, noch wieder die Vorrede klauen. So eine Frau, oder? Ava. So, Ava. Du, pass mal auf. Als erstes Diagnose stellen. Brauchst du was Dringendes? Natürlich, Flüssigkeit. So wie wir alle hier. Ja. Get some rest now. Kannst du hier nochmal irgendwie ein bisschen Holz holen, Astrid? der Trishammer. Hier nochmal irgendwo was rum. Ich bin hier auf jeden Fall gewesen. Komm ich auch nie rein, ne? In die Hütten. Okay, ist nix. Kein Holz, was hier rumliegt. Warten jetzt, da unten. Gott. Die passt wieder verloren. Oh. So, prima. Bemi Bamsen. Okay, dann kommst du bitte mit. Okay, okay. Halt, das Schwede eh. Astrid muss danach aber auch richtig krasse Arme haben. Leute, die hier am schleppen ist, ey. ich überlege gerade, wenn ich sowas machen müsste, ob ich sowas schaffen würde, einfach mal so eine Person auf der Schulter zu tragen. So, ja, das habe ich natürlich wieder vergessen. wird es mir ehrlich gesagt nie zutrauen, obwohl ich jetzt nie super schwach bin, kräftemäßig. Aber einfach mal so einen Menschen auf der Schulter tragen. everywhere. Ich sehe es nicht. Dinnen ist der Bauernhof. Da gehen wir auf jeden Fall nie hin, Leute. Da ist nämlich der Bär, ich weiß es ja. Da gehe ich nie wieder hin, wenn ich da nie hin muss. Ohne mich. Kann der mal so schön chillen und die Wölfe von mir ausjagen gehen, wenn der unbedingt Hunger hat. Ohne mich. Ja, schön er. Ich bin auch direkt gleich selber richtig gut drauf. Es ist richtig wunderbarer heller Himmel heute. Nö, 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 nö. nö, 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 nö Okay, ja, geil. Und ich denke, ich bin hier sicher, Leute. Ich lache mich tot, ey. Ach so, ich lade noch nie nach. Leute! Ich habe doch... Wir haben doch drüber geredet. Ich darf die nicht alle verschießen. Oh, nee. Ich bin ja wirklich so ein dummer Mensch. Oh, Gott. Wer die juckt das näher? Haut ab! Wackel! Alter, haust du bitte ab? Alter, ich... Ist doch jetzt nie euer Ernst. Ich dachte, ich habe den Mantel. Ich finde, aber sowas von vergessen. Alter. Gut, dumm. Okay, Leute, das wird nichts. Ich werde sterben jetzt, ne? Ja, ich sterbe jetzt halt, Leute. Das wird mir auch leid, aber ich... Wie kann denn das sein? Leute, ich habe doch extra darüber geredet. Dass ich den geilen Mantel habe. Und im... Oh, Gott. Wo habe ich denn jetzt gespeichert? Oh, Gott. Ich bin ja so dumm. Oh, nee. Oh, Gott. Okay. Ich habe einen ganz blöden... ...letzter Checkpoint. Nochmal laden. Nee, Leute. Das ist ja das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Okay, hier ist noch alles chillig. Okay. Ja, gut. Also... Das hat ja richtig super geklappt. Ich gehe mal kurz rein. Mantel ist an. Muss ich den vielleicht... ...mit dem mal kurz... ...ablegen? Nehmen. Ich will ja... ...kann ich den auch so anziehen? Dass der... ...okay, Leute. Kurzer Moment. Genau, so rum. Dass die den Mantel auch sehen, habe ich mich auch mal gefragt. Ob das eine Rolle spielt. Ablegen. So. Jetzt erst den Mantel nehmen. Baut es hin. Ja. Nee, jetzt ist der Mantel ja wieder auf der Seite. Okay. Und den einfach... Wie kriege ich denn das hin, dass der Mantel die äußere Schicht ist? Steht ja hier auch immer. Äußere Schicht. Das sieht doch so aus wie hier. Innere Schicht. Innere Schicht. Genau. Und ich will ja, dass der Mantel sichtbar ist, Leute. Nee, du sollst ablegen. Hast du den jetzt wenigstens im Inventar? Nee, der hat die jetzt wieder ab... Wartet, Leute. Ich habe es gleich. Ich will den mal ausziehen. Genau. Und den auch mal kurz ausziehen. Und jetzt gehe ich hier rein und sage, den hier anziehen. Genau so rum. Und den Pullover drunter. Dass wir nämlich den Mantel sehen halt. Ihr versteht, wie ich das meine. Okay, haben wir jetzt hier sich versorgt? Ich hoffe. Okay, ich versuche das jetzt nochmal. Ich bin natürlich super überrascht, Leute. Weil ich jetzt natürlich gedacht habe, dass ich jetzt hier Coolio rumlaufen kann, Leute. Aber ihr habt ja alle gesehen, was gerade passiert ist. Und von daher muss ich sagen, hat das leider nicht ganz so gut funktioniert. Ich bin schon auf dem richtigen Weg. Nee, ich glaube ja völlig falsch gerade. Gott. Ich muss ja in die Richtung. Was ich natürlich machen kann, ist ein Feuer. Ja, scheiße. Von wegen easy. Okay, ja, okay, okay, ja. Okay, ja, okay, ja. Okay, die muss jetzt gar nicht cool. Okay, die muss jetzt gar nicht cool. Weil ich bin jetzt ziemlich angespannt gerade. Ich bin auch wirklich ganz ehrlich, ne. Ich bin richtig angespannt gerade. Aber beim letzten Mal hatte ich ja auch den Mantel unter der Grünjacke. Und da hat das ja auch komischerweise geklappt. Ist das nicht der richtige Pelz? Gibt es wirklich noch die zwei Wolfsarten? Brauche ich also schrägstrich einen weißen Wolfspelzmantel, damit das Rudel mich in Ruhe lässt? Oder fühlen sie sich vielleicht stärker im Rudel, ne? Echt, ey? Und ich... Ah, okay. Und ich denke hier, alles ist cool, ey. Alter, leg die doch bitte ab. Leg die ab. Und zwar pronto. Ich bin schon wieder so aufgeregt. und ich bin schon wieder so aufgeregt. Die Moral sinkt irgendwie näher. Jetzt geht es wieder los. Die Moral sinkt aber überhaupt nie, Leute. Ihr seht es, ne? Und der Balken wird nie weniger. Was ist denn das jetzt für ein Mist? Alter, wollt ihr mich rollen? Ich habe anscheinend schon wieder irgendwas verpasst, weil es ist alles komplett anders. Vorher sind die durch die Fackel gegen die Moral immer runter. Und jetzt läuft das gar nicht mehr. Was haben die jetzt wirklich Schiss vor dem Mandel, Leute? Hau ab und lass die Ava in Ruhe. Lachs euch, Wölfe. Ich bin überhaupt nicht gut, auf euch zu sprechen. Du auch, bitte geht's. Leute, warum sinken sich die Moralen hier? Ja, Leute. Guckt euch das an, das Schauspiel. Bist du ja die Abfülle vor Arscher jetzt? Oh Gott, ey. Hold up. Hau ab. Oh, nee. Shit. Nein. Bitte das Feuer dahin. Ja, Astrid, du bist auch richtig schlässig drauf gerade, oder? Kann das sein? Ruhe, Hilfe. Wie machen wir es denn jetzt? Ja, aber so kann ich das doch nicht machen, Leute. Oder liegt es jetzt doch an dem Mandel? Ich habe fast das Gefühl, dass ich gerade mal chillig einen Tee trinke. Ich meine, es läuft doch. Was? Einen kleinen Tee? Nee, gut. Alles klar. Habe ich gerade einen Schaden bekommen, oder? Ach so. Leute, hier stimmt was ganz gewaltig näher. Also wirklich näher. Die Moral senkt sich näher. Passiert halt gar nichts. Die hauen noch nie ab. Die machen gar nichts. So. So. Warte mal. Mal kurz einen Tee trinken, Wölfe. Kurzer Moment. Wie funktioniert der Bogen, Leute? Spannend? Na, so. Leute, was soll ich denn jetzt machen? Erklärt es mir bitte. Das ist ja sowas von dumm, ey. Ich probiere das jetzt nochmal, sie zu nehmen. Und dann weiß ich nicht so richtig. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt gerade ein Bug. Ich gehe jetzt einfach. Aber ich werde jetzt halt sterben, Leute, ne? Ja. 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 Ich weiß, es ist nie optimal, was ich jetzt mache. Also wirklich nie. Ich laufe bestimmt auch falsch, ne? Aber mein Problem ist gerade, dass ich trotz Feuer und Fackeln es nicht habe, die Moral zu senken. Und die jetzt, wie ihr ja gesehen habt, nicht mehr abgehauen sind. Und ich jetzt einfach nicht mehr wusste, was ich jetzt machen soll. Und der Mandel bringt komischerweise nichts mehr. Und ja. Deswegen habe ich mich jetzt mal kurz dazu entschlossen, einfach mal loszugehen. Und das Dumme, was ich jetzt daran aber mache, ist, dass halt meine ganzen Klamotten kaputt gehen. Ja, ich weiß, ich könnte es auch klug machen. Es ist jetzt wirklich gerade eine absolute dumme Aktion, die ich hier mache. Und ich werde jetzt halt kurz davor sterben, weil es halt dumm war. Ich gebe es wirklich gerne zu. Aber ich lebe es damit, dass ich nochmal von vorne anfangen muss, Leute. Okay. Freude für euch. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wirklich, nee. Ich habe für mich jetzt gerade festgestellt, dass ich Fackel benutzt. Das hat sie abgelenkt. Ich habe das Feuer angezündet. Ich habe den Mandel an. Ich spät wiederhole mich. Aber ich muss nochmal erwähnen, damit man versteht, warum ich jetzt gerade so ein bisschen irritiert bin. Ich habe letzte Folge gelernt, dass die Wölfe abgehauen sind durch den Mandel. Funktioniert nicht mehr. Ich habe gelernt, die Fackel zu benutzen, damit das Wolfsrudel, die Moral gesenkt wird. Funktioniert nicht mehr. Ich habe gelernt, ein Feuer zu machen, wenn die da sind, damit die Moral sinkt. Funktioniert nicht mehr. Ich habe jetzt fünf Minuten, sechs Minuten an dem Feuer gestanden mit der Fackel. Die Wölfe sind immer wieder zurückgekommen und haben nichts anderes gemacht, außer dort zu stehen. Leute, ich bin überfragt. Ich weiß nicht, was ich da machen soll jetzt. Wirklich, nee. Wir werden das nochmal versuchen. Ist klar. Ich würde dann nochmal einsteigen bei dem letzten Checkpoint. Also genau da, wo ich die Dame, die Eva, auf die Schulter mir nehme. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt ein Bug war vielleicht. Ich weiß es nicht. Oder ob es da nochmal irgendwie einen Ausweg gibt, Leute. Und für heute sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Tut mir leid. Ich kann es dir anders sagen. Ich war jetzt ein bisschen verzweifelt. Seht es mir bitte nach. Macht's gut. Eure Survival Profi Gedankenspiel. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. seis Mal. Ja, schau Очень viel viel. Da geht es aus. Da geht es dir,, was das hier jetzt chodzi. Die Leute, wenn ich libriert nicht Specifcias indoor Ich habe hier auch不多.